Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe hier endlich eine der Super 7 Ninja Turtles in der Hand von der Firma Super 7, genau. Und zwar die Moser. Ich habe ja die ganzen Waves hier bestellt und hier schon alle bereit, aber bin einfach nicht dazu gekommen. Ja, die Super 7 Turtle Reihe, die kennt man hier sehr gut schon an der Verpackung. Ist halt in diesem grauen Karton noch gewesen mit Schriftzug, das habt ihr ja gesehen beim Auspacken. Ist dann nochmal die Bösewichte mehr so lila und die, ja die guten würde ich sagen, so wie die Turtles, Splinter und April O'Neil in grüner Verpackung. Mega schöne Verpackung, auf jeden Fall vor allem immer mit diesem schönen Bild, also vom Design, auf jeden Fall mega cool. Und dann kann man hier einfach so einen Schieber aufmachen. Das ist definitiv auch mega cool. Braucht halt Platz. Also ich weiß nicht, wie die Menschen, wie die Sammler das machen, die Kartons haben und alle Waves haben wollen. Das ist ja riesengroß dann, aber sieht bestimmt mega cool aus. Also wenn ich Platz hätte, würde ich die Kartons auch alle aufbewahren und mir schön hinstellen. Weil die Verpackung, die ist schon top. So, da haben wir sie, die Mauser. Mit zwei Schildkröten. Und ich habe noch letztens überlegt, wieso nur zwei? Es waren vier Turtles. Warum zwei? Ja, weil in der anderen Verpackung, ich glaube, war das bei Splinter, ich muss jetzt wirklich, das habe ich wieder vergessen. War ja schon jeweils eins. Also haben wir dann, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, ich muss es mir nochmal genauer anschauen, haben wir dann irgendwann letztendlich vier Turtles. Also vier kleine Mini-Schuldkröten, die zu Turtles werden. So, ihr merkt es schon, meine Stimme ist schon wieder so gut wie da. Sagen wir mal 98 Prozent. Morgens ist es noch ein bisschen schwierig, aber ansonsten habe ich meine Stimme wieder. So, dann wollen wir das Ganze mal rausholen. Wie gesagt, die Verpackung ist echt schick. Vom Design und so, da hat sich auf jeden Fall jemand was überlegt. So, und da haben wir sie schon. Wir haben hier, ach cool, wir haben hier nochmal eine Ratte mit einem, auch einen grauen Bandana. Ich weiß aber nicht, ob das, ich denke, das soll Splinter sein. Wobei, man muss ja sagen, diese Mauser, ja. Ach, wie war denn die Story nochmal dieser Mauser? Die wurden ja gebaut. Die wurden gebaut, um die Ratten in New York, der Stadt, loszuwerden. Also die wurden auf Ratten programmiert und haben die Ratten, glaube ich, gejagt. Und dadurch sind sie in die Kanalisation gekommen und haben aus Splinter gejagt. Aber ich weiß, dass Schredder irgendwie noch seine Finger da an der ganzen Sache hatte. Genau. Hier, eins dieser kleinen Schildkröte, mega putzig. So süß und klein. Dann haben wir noch eine. Also ich würde sogar beinahe sagen, das ist ein und dieselbe Schildkröte. Also manchmal machen die das ja so, dass sie es farblich ein bisschen anders halten, weil die Turtles ja farblich anders sind, hautfarbig anders sind. Zwar auch grün, aber andere Grüntöne. Die kleinen süßen. Mega putzig. Dann haben wir passend dazu natürlich, was nicht fehlen darf, ist ein Stück Pizza. Ein Stück Pizza darf nicht fehlen. Ist immer gut, wenn es dabei ist. Dann haben wir hier das Oos. Und ja, dieser Oos-Kanister, der ist hier offen. Weil das Oos läuft ja aus. Die Schildkröten kommen rein. Und dann wird es beenden. Turtles. So, dann haben wir zwei Sai. Zwei Sai, die sehen ein bisschen abgebrannt und verkuckelt aus. Wahrscheinlich, weil die hier so reinkommen. Raffi hat die zerstört angegriffen. Warum genau die Sai jetzt dabei sind, weiß ich jetzt auch nicht genau, warum es keine Katanas oder so sind. Denn alle Turtles haben doch gegen die Mauser gekämpft. Da bin ich ein bisschen befragt. Und hier was ganz, ganz cooles, weil das ist dieses Gerät, wo, ich glaube, Baxter Stockman oder Shredder auch, habe ich das nicht mehr so auf den Schirmen, diese Roboter gesteuert haben, umprogrammiert haben und sie dann, aber ich meine, die waren nicht von Anfang an grundsätzlich auf die Ratten programmiert, oder? Irgendwie hat doch Shredder seine Finger da wieder drin gehabt. Ich weiß nur, dass diese Mauser Ratten gejagt haben in der Kanalisation. Und hier ist der kleine Splinter, der natürlich in Gefahr schwebt. In Gefahr schwebt, wobei da war er ja noch nicht klein. Als diese Mauser, also laut der Folge im Cartoon, unterwegs waren, war ja Splinter schon groß ausgewachsen und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch Splinter jetzt darstellen soll. So, da haben wir jetzt die Mauser, oder verwechsel ich das mit dem Roboter, der einmal da programmiert wurde. Von die Roboter, die von der Stadt programmiert wurden und die Mauser hat Shredder von Anfang an gebaut. Also jetzt bin ich gerade so... Ich glaube, ich verwechsel da was. Naja, aber auf jeden Fall gehören diese Mauser schon von Anfang an dazu. Die sind auch immer wieder mal vorgekommen. Ähm... Ja, ich weiß nicht, waren die nicht weiß? Manchmal, je nachdem, wenn man die Comics liest, ist das alles ein bisschen anders, wenn man die Filme sieht. Aber beim Filmen sind die nie vorgekommen. Fällt mir gerade an. Aber die Zeichentrickfilme... So, da haben wir sie. Wir haben hier fünf Stück. Der eine sieht noch top in Schuss aus. Als er gerade von der Fabrik gekommen wäre und hier mit dem Foot solcher Fuß obendrauf und er kann den Mund öffnen. Ich sehe das schon. Er kann den Mund öffnen. Hä? Also ich sehe, dass er den Mund öffnen kann, aber ich kann ihn gerade nicht öffnen. Na? Tja, wie mache ich das? Ich hab's! Ach, gar nicht so einfach und vor allem auch so spitz. Er kann den Mund öffnen. Und dann sind die so gelaufen und... Ja, die Beinchen sind hier ein bisschen beweglich. Hier das Schwarze, der Kopf links und rechts. Mehr Bewegung haben die nicht, aber die haben hier auch sonst nicht. Ich bin froh, dass hier das Gelenk nicht beweglich ist. Weil irgendwann wird's locker und dann kippen die mir einfach. So ist es vollkommen ausreichend, finde ich. Reicht. Also reicht vollkommen. Dann haben wir noch so einen. Der sieht auch aus, als wenn er gerade frisch aus der Fabrik gekommen wäre und unterwegs ist. Mega cool. Die haben auch ein schönes Gewicht, muss ich sagen. Also die sind... Die haben ein schönes Gewicht. Ich kann euch nicht sagen, wie schwer die sind. Aber das ist jetzt nicht so, dass du denkst, das ist ein Hohlraum oder so. Dies hier sind ja schön stabil. Auf jeden Fall. Für den Preis kann man das glaube ich auch erwarten. Wobei Super 7 da schon ganz gute Arbeit macht. Und die Sachen hier auch ganz gut aussehen. Dann haben wir jetzt drei, die aussehen wie frisch. Unterwegs. Auf dem Weg zu den Ratten. In die Kanalisation. Und dann haben wir hier zwei. Und die sehen total demoliert aus. Also wenn die schon... Hier die Kratzer. Hier sieht man auch schon, das ist nicht schön schwarz hier. Wie hier. Also das ist nicht so schön schwarz. Sondern. Achtung. Hat hier schon Rostspuren. Hat hier schon Spuren eines Kampfes. Überall so ein bisschen. Ähm. Und auch hier im Gesicht. Man sieht es hier. Ich hoffe ihr könnt es gut erkennen. Ein paar Löcher. Ein paar Dellen. Ein paar Kratzerchen. Ist ganz nett gemacht. Ähm. So über den ganzen hin. Auch hier. Am Bildschirm sieht man. Da ist auch schon ein Sprung. Also hier. Der rote Bildschirm. Da hinten auch eine rote schöne kräftige Farbe hat. Hat hier so ein... Ja. Da hat es schon... Ja. Wahrscheinlich mit dem Sahelgraf wieder reingehauen. Dann gucken wir. Bei jedem öffnet sich der Mund. Aber es ist nicht einfach. Ich muss sagen. Das ist... Ich habe es irgendwie noch nicht ganz... So. Auch hier drinnen im Mund. Finde ich ganz gut. Vielleicht erkennt man es. Es ist nicht schlicht glatt. Und ähm. Naja. Da guckt eh keiner rein. So nach dem Motto. Sondern es ist trotzdem schön ausgearbeitet. Also es ist sehr schön. Es ist trotzdem modelliert hier. Und es ist schön ausgearbeitet. Oh nein. Was sehe ich denn da? Es ist gelenk. Nee. Ich dachte gerade eben. Der Fuß wäre beweglich. Ich dachte gerade der Fuß hier wäre beweglich. Das wäre nicht so gut. So reicht es vollkommen aus. Und da weißt du auch. Die sind schön stabil. Und die bleiben die auch so. Jetzt schauen wir mal. Hier könnte der so... Warte. Irgendwie so. Ihhh. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Naja. Auf jeden Fall kaputt gehauen. Zack. Ja. Kommt hin. Hier kaputt gehauen. Und vor allem hier bei den Tsai. Schaut mal. Da sind auch so schwarze Spuren. Als wenn es schon ein bisschen so... Ja. Kampfspuren hätte angebrannt wäre. Was weiß ich. Genauso wie bei dem hier. Wobei einer von denen könnte hier das Us haben. Kaputt gebissen. Die sind ja einfach nur programmiert. Jetzt bräuchte ich hier meinen Turtle. Der hier einfach steht. Oder wächst da. Und hier das Gerät. Das wunderschöne Gerät hier hält. Und die steuert. Ähm. Ja. An sich mega cool. Das könnte auch so aussehen. Irgendwie. Und dann sind sie K.O. Irgendwie so. Passt das? K.O. Also es wäre nicht schlecht gewesen, dass sie am Rücken noch mehr Spuren hätten. Von vorne sieht das aus wie Kampfspuren. Und von hinten... Ja. Oder was auch mega cool wäre. Kennt ihr diese typischen Figuren? Die man... Ups. Irgendwo drauf drückt. Und dann fällt das so zusammen. Pfff. Und als wenn die kaputt wären. Und dann kann man die wieder zusammenstecken. Und dann hat man einen Knopf. Und dann fallen die so auseinander. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Aber ich muss sagen. So im Ganzen. Im Großen und Ganzen. Ähm. Sehen die top aus. Muss ich sagen. Die gefallen mir. Weil sie schön stabil sind. Die haben eine schöne kräftige Farbe. Äh. Von den Bewegungspunkten komplett ausreichend. Also hier am rechten Bein. Am linken Bein. Der Kopf links und rechts. Und der Mund kann sich öffnen. Reicht vollkommen aus. Zu viele Bewegungen. Machen auch manchmal ein bisschen Probleme. Bei so Figuren. Die auch so dünne Beinchen fallen haben. Und was richtig gut ist. Sie stehen stabil. Das finde ich ganz gut. Sie haben schönes Gewicht. Sie stehen stabil. Wir haben hier ein bisschen Zubehör. Wir haben vor allem die kleinen süßen Schildkröten. Mit ähm. Splinter hier. Und ja. Was machen die? Die essen. Die essen Pizza. Die essen alle Pizza. Und äh. Spazieren so im Oos herum. Oder? Was wir auch machen können. Einer. Der Mauser. Ist auf den Geschmack gekommen. Ich meine. Der Donatello schnappt sich mal so den einen oder anderen. Und programmiert ihn um. Wobei. Hier müsste dann der Turtlepanzer hin. Und ähm. Dann essen die einfach Pizza. Ist doch auch was. Der eine isst Pizza. Der andere isst das Oos. Der andere hat hier die Fernbedienung verschluckt. Deswegen kann die jetzt keiner umprogrammieren. Im schlimmsten Fall. Hat einer der ähm. Mauser. Äh. Eins der Schildkröten geschnappt. Das würde ich jetzt lieber nicht. Ich kriege heute Nacht sonst noch Albträume. Oder Splinter geschnappt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. Der sieht aber auch putzig aus. Mit den. Grauen Bandana. So ein bisschen. Breiter auch. Naja. Der kann sich hier so dranhängen. Waja. Karateschlag. Also die sind schon richtig cool. Ich finde. Ähm. Wenn man nicht alle aus der Wave haben will. Also nur die Hauptfiguren oder so. Ähm. Also die Mauser gehören irgendwie dazu. Muss ich sagen. Also die gehören irgendwie. Dazu. Ich hab nicht sehr viele. Ich hab die noch nicht mal zum Cartoon. Von Necker. Muss ich gestehen. Weil die gibt es ja nicht einfach so zu kaufen. Die muss ich mir auch wieder hierher importieren. Und ähm. Ähm. Die werden ein bisschen teurer mit dem Zoll. Das sind die sogar hier schon günstiger von Super 7. Weil man die sich einfach vorbestellen kann. Mittlerweile vielleicht auch normal schon bestellen. Ja. Die müssen ja schon wieder jetzt ganz normal zu kaufen sein. Ähm. Und deswegen finde ich die gar nicht so schlecht. Und die aus den 80ern und 90ern sind ja super schwer zu kriegen. Und kosten sehr viel. Und ja. Ich muss sagen. Die sind richtig cool. Die nehmen auch nicht viel Platz. Die kriegst du einfach so ins Regal noch mit rein. kleinen Schildkröten. Ganz kurz. Mal gucken. Ich muss noch mal schauen. mal plötzlich. überhaupt nicht Michelangelo im Surfbrett auszupacken. So gar nicht. Aber ich habe trotzdem voll Lust drauf. Und der sieht mega putzig aus. Deswegen denke ich würde ich ihn als nächstes. Oder den Kring. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ich glaube ich muss blind einfach reingreifen und die nächste Figur auspacken. So. Dann würde ich sagen. Das war es erstmal. Dann bis zur nächsten Figur. Bis dahin. Bye bye. Bye bye. Bye.